Hallo und herzlich willkommen zum Herst, Podcast von der KJTÖ, die kommunistische Jugend Österreichs. Hier sitze ich mit Maik, der Vorsitzende von der österreichisch-kubanischen Gesellschaft, ÖKG. Hallo Maik, wie geht's dir? Hallo, grüß dich Stefan, freut mich wieder hier zu sein. Schön. Mir geht's gut übrigens. Also, das Thema Kuba haben wir schon mal gehabt und wenn man jetzt in der letzten Woche sich vielleicht mit Kuba nochmal auseinandergesetzt hat, dann kriegt man ein anderes Bild, beziehungsweise eine interessante Situation, die von den Medien vielleicht anders vorgestellt wird, als das, was wir uns die Lage an sich wünschen würden als revolutionäre Denker. Vielleicht könntest du uns mal erklären, was passiert ist, beziehungsweise deiner Sicht und deines Wissens nach einfach ein bisschen porträtieren, was in Kuba läuft, was letztes Wochenende, also das Wochenende vom 10. und 11. Juli passiert ist und ein bisschen mal deine Meinung einfach dazu sagen. Ja, erstens danke für die Einladung. Es ist toll, dass ich wieder die Möglichkeit habe, über Kuba zu sprechen, nachdem eben in den letzten Wochen Kuba sehr oft in den Medien war. Es ist leider oft so, dass Kuba dann groß in den Medien ist, wenn etwas passiert, was irgendwie gegen Kuba spricht oder gegen die kubanische Revolution spricht. Aber ja, so ist es halt. Mit dem haben wir uns schon ein bisschen abgefunden. Was ist passiert? Am 11. Juli, also das war ein Sonntag, gab es in mehreren Städten, auch in der Hauptstadt in Havanna, kleinere Demonstrationen. Und Menschen haben sich versammelt und haben dort lautstark gegen die aktuelle Situation oder protestiert gegen die schwierige Lage, die ökonomische schwierige Lage, dass es in der Zeit eben Schwierigkeiten gibt, was die Lebensmittelversorgung gibt, dass es Schwierigkeiten gibt, was die Stromversorgung gibt oder auch Probleme im öffentlichen Verkehr etc. Und das ist grundsätzlich in Kuba nicht sehr üblich, dass es flächendeckend oder in verschiedensten Städten große Demonstrationen gibt. Und es war bemerkenswert, dass es eben so gewirkt hat, wie wenn es konzertiert war. Sprich, es gab eben in Havanna, in verschiedensten Teilen Kubas, sogar in Santiago de Cuba, eben solche Demonstrationen. Und unter diesen Demonstrationen haben sich dann auch sehr schnell Menschen gemischt oder waren von Anfang an dabei, mit US-amerikanischen Fahnen, mit Rufen gegen die vermeintliche Diktatur, Rufen nach Freiheit, nach irgendwie sogar Interventionsrufe, dass es manche Menschen gab, die gesagt haben, sie brauchen eine humanitäre Intervention seitens der Vereinigten Staaten. Und da war dann sehr schnell klar, dass es nicht nur Menschen sind, die sich jetzt über ihre aktuellen Probleme Sorgen machen und vielleicht auch zu Recht Angst haben, was die Zukunft betrifft oder ihre sozialen Probleme auf die Straße bringen, sondern auch mit einer politischen Message, die ganz klar gegen die kubanische Regierung, gegen die kubanische Revolution gerichtet war. Daraufhin gab es auch die Versuche, diverse von Plünderungen angefangen. Es wurde ein Polizeiauto umgedreht, es gab Attacken auf Polizeistationen etc. Also es gab Straßenschlachten bis zu einem gewissen Grad. Das wurde alles auch sehr professionell gefilmt. Es wurde sehr schnell von US-amerikanischen Medien aufgenommen. Es wurde sehr schnell transportiert. Es kam auch sehr schnell in die österreichischen oder in die europäischen Medien. Das funktioniert ja sehr, sehr, sehr schnell. Und bei uns war dann in den Nachrichten von der ZIB 1 bis ZIB 2 große Aufregung. Erstmalig seit den 90er Jahren, wo damals die Periode Spezial, also die Spezialperiode begann und da auch sehr, sehr schwierige Situation war für Kuba, gab es wieder Massendemonstrationen, wurde gesagt. Recht viel mehr kam dann auch nicht. Und was danach sich abgespielt hat, war halt das typische politische Primborium, das dann damit zusammenhängt. Dass es dann US-amerikanische Politiker bis zu Joe Biden, also bis zum Präsidenten hinauf gab, die halt von Kuba als sogar von Failed State gesprochen hat, dass es notwendig sei, irgendwie die Kubaner zu retten. Auch der Hashtag SOS Kuba ging nur so durch die Decke in den Twitter-Medien. Und mittlerweile konnte man auch schon analysieren, dass es da sehr viel Propaganda oder nicht nur Propaganda, sondern sehr viel technisches Know-how bedurfte mit Bots, die halt versucht haben, das weiter zu verbreiten. Also es war durchaus klar, dann sehr, sehr bald klar, dass es da eine geplante Aktion gab, die den Unmut der Bevölkerung genutzt hat, um auch politisches Kleingeld zu wechseln. Spannend ist es dann, meines Erachtens, dass dann ab dem 12., 13. Juli plötzlich die Informationskampagne, die in den großen Medien war, plötzlich aufhört und nur mehr die Bilder verwendet werden von den Demonstrationen am 11. Juli. Und alle Bilder, die danach kämen, wären, also die, die man auch präsentieren konnte, nämlich die Demonstrationen und die positiven Solidaritätskundgebungen für die Revolution, die wurden dann nicht mehr gebracht. Bis zu jetzt, am vergangenen Samstag, 17. Juli, fand eine große Demonstration in Havanna statt mit 100.000 Menschen, der Präsident hat besprochen, Jugendverband hat besprochen, diverse Organisationen haben sich präsentiert und haben ganz klar gegen diese Interventionsgedanken demonstriert. Und von der großen Manifestation von 100.000 Menschen hat man in den österreichischen Medien zumindest meines Erachtens, meines Wissens, nichts mehr gelesen oder gehört. Zumindest war es weder in der Zeit im Bild 1 noch in der Zeit im Bild 2, obwohl eben viel mehr Menschen in Kuba für die Revolution gegen den Einfluss der USA auf die Straße gehen, als in einem umgekehrten Zeichen von, wir wollen irgendwie, uns soll geholfen werden von einer großen Macht, die uns bisher nie geholfen hat, muss man nur dazu sagen. Ja, also die Rolle von den Kubanern, die im Ausland leben, die ist eindeutig wichtig in diesem Kontext, weil man sieht ja, wie sie die Propaganda nutzen, damit sie halt ein individuelles Interesse, politisches Interesse zeigen und unterstützen, und zwar ein eigenes, weil sie sich wahrscheinlich eine tatsächliche kapitalistische Gesellschaft in Kuba einfach vorstellen können oder wünschen sogar. Wir waren am 13. Nein, es war am 14. Am 14. Am 14. waren wir zwei auf einer, wie sollten wir das beschreiben, SOS-Kuba-Gegen-Kuba-Demonstration sozusagen, also von den Exil-Kubanern plus Kolumbianer plus Venezuelaner plus XY, die auf die Straße gegangen sind und sich gegen die Scheindiktatur von den Castros gezeigt haben, wie hast du die Demonstration erlebt, wie würdest du sie beschreiben? Naja, also ich kenne, also es gab schon in den vergangenen Monaten immer wieder auch kleinere Demonstrationen, oder Demonstrationen würde ich das nicht nennen, kleinere Kundgebungen von einem kleinen Teil der Exil-kubanischen Community in Wien, vor allem in Wien, also ich kenne keine Demonstrationen in Bundesländern, aber da gibt es einen kleinen Kreis von meines Erachtens radikalisierten Kubanerinnen, Kubaner, die meines Erachtens halt eine gewisse Rolle einnehmen in diesem Prozess, die aber schon eben vor Monaten auch immer wieder versucht haben, da kleinere Aktionen zu starten. Und es war für mich spannend zu sehen, dass es plötzlich eigentlich nur zwei Tage, nachdem diese scheinbar spontanen Demonstrationen in Kuba losgegangen sind, dass es dann schon in Österreich die Anmeldung für diese Demonstration in Wien gab, von der Maria-Hilfer-Straße über die Kaiserstraße bis zur kubanischen Botschaft eben, und da waren doch 80 bis, würde ich einmal sagen, 100 Personen dabei, und das ist für solche Verhältnisse doch sehr viel. Also ich war einmal grundsätzlich überrascht, dass so viele Menschen dabei waren, dann habe ich mir diese Gruppe, also ich war selbst dort, ich habe mir diese Gruppe dann eben auch angesehen, und man merkt, dass es nicht nur Kubanerinnen und Kubaner sind, die dort demonstriert haben, sondern auch viele aus dem Kreis, der, würde ich einmal sagen, rechteren Lateinamerika-Community, also Venezolaner, die eben auch immer schon gegen den Chavismus und den Sozialismus in Venezuela auf die Straße gegangen sind, gegen angebliche Menschenrechtsverbrechen etc. dann Kolumbianer aus der Dominikanischen Republik und so weiter. Also es waren jetzt eben nicht nur die Exil-Kubaner dort, aber die wurden gut unterstützt von einem großen Kreis von Latinos im Allgemeinen. Man hat dort sehr aggressive Stimmung erlebt, und es war nicht nur eine Demonstration, die gezeigt hat, wo sie stehen. Also es war irgendwie, man sprach von Diktatur, lustigerweise die Diktatur der Castros, obwohl sie dann, müssten sie die Realität in Kuba einfach nicht mehr mitbekommen haben, aber okay, das klingt halt noch nach, verstehe ich auch bis zu einem gewissen Grad. Und dann gab es eben auch, erstens waren alle dort gut versorgt mit alkoholischen Getränken, es wurden Sprüche losgelassen, die ich, ja, wie Dias Canel, der neue Präsident Singao, das heißt sowas wie Motherfucker oder wie auch immer, also kubanischer Slang, Also es war eine herbe oder derbe Art, dass kubanische Verhältnisse oder dass die Kubaner und Kubanerinnen, wie ich von der Botschaft gehört habe, hier so noch nicht erlebt haben. Es war eine aggressive Stimmung, es war zum Glück, muss ich sagen, durchaus auch die Polizei vorgewarnt worden, es war ausreichend Polizeipräsenz da, aber ich weiß von der kubanischen Botschaft, von der aktuellen Vertreterin der kubanischen Botschaft, dass sie durchaus mit einem mulmigen Gefühl in dieser Botschaft gesessen sind und durchaus auch Angst gehabt haben, dass es da vielleicht zu aggressiverem Verhalten, also nicht nur verbalem, sondern auch zu Handgreiflichkeiten kommt. Das ist zum Glück nicht passiert, auch weil auch wir dort waren und wir auch vorsichtig und aufgepasst haben, dass da gewisse Dinge vielleicht nicht passieren können. Allgemein gesehen, das ist eben das Spannende oder das Interessante an der Sache ist, dass es da ein Aggressionspotenzial gibt und dass offensichtlich schon auch klar war, war, dass wir nicht nur in Kuba diese Demonstrationen scheinbar spontan, also es war an mehreren Orten gleichzeitig, aber sagen ja viele, es war scheinbar spontan und dass es plötzlich dann auch scheinbar spontan in Wien zu diesen Demonstrationen kommt. Das war begleitet von einem großen Team von Fernsehkameras, Radio, viele haben dann auch noch ihre eigenen Videosequenzen ausgepackt. Das war mit großem Aufwand betrieben, den ich bisher so bei diversen kleineren Kundgebungen noch nicht gesehen habe. Das hat mich beeindruckt bis zu einem gewissen Grad, aber es hat mir auch klar gemacht, dass eben da ein bisschen mehr dahinter steht, als nur, sage ich jetzt einmal, nur ein spontaner Aufschrei, um die soziale Situation der Kubanerinnen und Kubaner irgendwie zu thematisieren. Und die ist, muss man ganz klar sagen, das ist mir ganz wichtig, die ist nicht einfach in diesem Moment. Also wir erleben in Kuba eine schwierige Situation, eine schwierige soziale, ökonomische Situation und die wird natürlich ausgenutzt von kontrarevolutionären Kräften, um da auch noch Druck reinzulegen, um die Bevölkerung irgendwie gegen die kubanische Revolution aufzubringen. Die ÖKG hat sich letzten Freitag mit der Repräsentantin der Botschaft getroffen und sich hat ein bisschen genau erzählt, wie die Lage vielleicht nicht, sich hätte die Lage jetzt nicht so persönlich beschrieben, sich hat aber eher erzählt, wie der Präsident selber, also Dias Canel, die Realität wahrnimmt. Und zwar von den Protesten in Kuba, wie er sie wahrnimmt. Und zwar, er hat gemeint, es gibt vier Gruppen von den Protestierenden. Und das ist einfach meine, also meiner Meinung nach ist es einfach interessant, dass ein Präsident sich tatsächlich die Zeit nimmt und politisch auch so progressiv ist an sich, dass er die Gruppen tatsächlich von den Protestierenden selber auch besser verstehen will und auch besser beschreiben will. Und zwar, es gab ja die Gruppe von den, wie soll ich sagen, Kontrarevolutionären. Es gab auch die Gruppe von den Jugendlichen, die sich einfach vielleicht jetzt auf, keine Ahnung, eher mit wenigen Möglichkeiten sehen für die Zukunft, weil sie seit zwei Generationen, seit dem Perioden Spezial in Kuba leben und wahrscheinlich einfach von dem geprägt sind, wie die ökonomische Lage ausschaut. Und ich meine, die Jugend in Kuba hat auch das Recht, sozusagen, sich da Gedanken zu machen über sich selbst und über die Zukunft. Und da kommt eben eine Gefahr, dass die Systemfrage einfach gestellt wird und vor allem, dass die Kontrarevolutionären diese Systemfrage von der Jugend ausnutzt. Aber das fand ich halt besonders interessant, dass ein Präsident sich die Zeit nimmt und vor allem auch tatsächlich überlegt, welche Gruppe sich da empört zeigt. Also es gibt eine Wut, die verständlich ist, weil die Lage einfach nicht einfach ist und vor allem von der Blockade von USA einfach geführt wird. Aber auf der anderen Seite gibt es klare Gruppe zu definieren und zu differenzieren. Wie würdest du die Lage da, weil du schon öfters in Kuba gewesen bist und Kontakten hast, die ich nicht habe, wie würdest du die Lage da sehen oder beschreiben? Ich glaube da, du hast es jetzt richtig beschrieben, dass es im Gegensatz auch zu dem, was wir in unseren Medien gehört haben, wie war die Reaktion, wenn ich unsere Medien anschaue, was war die Reaktion oder die wiedergegebene Reaktion des Präsidenten, war lauter Kontrarevolutionäre. Das sind alles Kontrarevolutionäre von den USA gesteuert, die muss man bekämpfen und vielleicht sogar mit Polizeigewalt unterdrücken. Dann wird das Internet ausgeschaltet und so weiter, weil das sind alles Kontrarevolutionäre. So ist es bei uns rübergekommen und in Wahrheit war es so, dass der Präsident natürlich auch von einer Gruppe Kontrarevolutionären gesprochen hat. Die gibt es, wo ich vorher das auch angesprochen habe, dass da versucht wurde, das für diese Zwecke zu nutzen. Aber es waren eben auch unzufriedene Menschen dabei. Es waren Menschen dabei, die mit der allgemeinen ökonomischen Situation einfach Probleme haben und deshalb auch auf die Straße gehen und das wurde dann instrumentalisiert. Und das Spannende ist, das hat auch Dieskanel in seinen Reden immer so gesagt, es wurde aber immer nur der eine Teil bei uns präsentiert, nämlich alles Kontrarevolutionäre. Jetzt stellen wir uns einmal vor, es gibt in Österreich zum Beispiel Antirektierungsdemos, gibt es ja teilweise auch mit Corona-Demos und Kurz muss weg zum Beispiel. Jetzt stellen wir uns mal vor, Sebastian Kurz geht auf so eine Demonstration und stellt sich dorthin und sagt, ich möchte mit euch diskutieren. Jetzt rede ich mit euch und jetzt diskutieren wir über die Lage und ich versuche euch jetzt zu erklären. Das wäre unvorstellbar und ich glaube, man traut es diesem Bundeskanzler jedenfalls nicht zu, dass er sich da wirklich traut hinzugehen und mit den Menschen zu sprechen. Präsident Dias Kanell hat das gemacht. Er ist sehr, sehr bald, sehr, sehr rasch in ein Gebiet in der Nähe von Matanzas gefahren, wo relativ viel Unmut war, eine größere Demonstration, da sprechen wir jetzt von 100 Personen maximal, dort war und ist zu diesen Demonstranten und Demonstrantinnen hingegangen und hat gesagt, okay, da bin ich, ich rede mit euch. Er hat übrigens ein großes Vorbild, nämlich Fidel Castro, der das damals in den 90er Jahren auch genauso gemacht hat und hat gesagt, okay, ich bin da, ich kann mit euch sprechen und wir reden drüber. Und da merkt man einfach, dass es die kubanische Revolution nicht eine abgehobene oder es da nicht eine abgehobene Kaste von irgendwelchen Politrevolutionären gibt, die sich es gut stellen und dann alle nur abkanzeln und sagen, ihr seid mir wurscht, was da passiert, sondern man geht hin und sagt, reden wir drüber. Und er hat mit den Menschen gesprochen und natürlich gab es dann auch klar diese Differenzierung in jene, die gegen Polizeieinrichtungen vorgehen, die ein Polizeiauto umschmeißen, die blündern etc. Okay, das kann man auch in einem sozialistischen Staat nicht akzeptieren oder wie auch immer, in keiner Ordnung kann man das akzeptieren und da muss in der notwendigen Härte, aber gleichzeitig auch mit der notwendigen Vorsicht umgegangen werden, das einzuschränken, aber jene, die klar sagen, wir sind da, weil es uns schon auf die Nerven geht, dass permanent der Strom fällt und uns die Schlangen vor den Lebensmittelgeschäften auch auf die Nerven gehen und dass wir als Jugend, wie du vorher angesprochen hast, jetzt endlich einmal quasi raus aus der permanenten Spirale, immer wieder werden wir ein bisschen vertröstet, wenn es besser wird, also es wird schon besser, wir arbeiten daran und so weiter. Kuba hat, da kommen wir dann sicher noch dazu, was sind die realen Probleme derzeit, aber das Spannende, das Spannende an dieser kubanischen Revolution ist, ich sage jetzt einmal historisch betrachtet, im Gegensatz zu vielleicht manchen anderen sozialistischen Versuchen ist, dass sie wirklich eine klare Einbettung im kubanischen Volk haben und auch Vertrauen in das kubanische Volk, aber ganz klar sagen, okay, es gibt da eine rote Linie, die rote Linie heißt Revolution oder heißt quasi Aufbau des Sozialismus und wenn jemand sagt, gegen den Sozialismus, wir wollen den stürzen, dann sagt die kubanische Revolution, da ist die rote Linie, da geht es nicht mit uns. Wenn jemand sagt, innerhalb dieser roten Linie, wir wollen den Sozialismus verbessern oder wir müssen die Probleme angehen, die derzeit da sind und wir protestieren gegen diese Probleme und wir regen uns auf und so weiter, dann ist das möglich. Und das wurde auch wieder ganz klar und deutlich bei den Demonstrationen, bei der großen Kundgebung, die es jetzt gab mit 100.000 Menschen in Havanna, wo der Vorsitzender, der sogenannten Komitees zur Verteidigung der Revolution, Gerardo Hernandez, ein ehemaliger Cuban Five, also von den fünf Kubanern, die einmal in den USA inhaftiert waren, ganz klar gesagt hat, es ist nicht das Problem, dass wir keine anderen Meinungen akzeptieren. Es ist nicht das Problem, dass es da nicht Diskussion sein darf. Aber was nicht sein darf, ist, dass mit Gewalt reagiert wird, was nicht geht, und das ist eine revolutionäre Bewegung, was nicht geht, ist, dass ihr hier den Kapitalismus einführen wollt. Und das ist legitim. Das ist einfach eine legitime Position. Es haben 88 Prozent, oder über 88 Prozent, der Kubanerinnen und Kubaner vor ein wenigen Jahren die Verfassung verabschiedet, wo sie ganz klar für den Sozialismus eintreten. Das ist die Mehrheit der kubanischen Bevölkerung. Die wollen diesen Weg, sie wollen einen unabhängigen, sie wollen einen freien Weg, nicht von den USA abhängigen Staat. Und das wird in Kuba verteidigt. Und das wird auch mit Konsequenzen verteidigt. Aber es ist nicht so, dass man jene, die innerhalb dieses Staates und sagen, okay, uns geht es jetzt auf die Nerven, dass wir schon wieder ökonomische Probleme haben, dass man die dann einfach ignoriert und sagt, es gibt keine ökonomischen Probleme. Ganz im Gegenteil. Diese Probleme sind allen klar. Sie werden transparent aufgedeckt. Aber es gibt eben auch nicht nur, wie soll ich sagen, es ist nicht einfach eine Sache, die die Kubaner ändern, können, so mit einem Fingerschnippen, sagen, okay, jetzt lösen wir diese ökonomischen Probleme, weil sie sind eben auch in die Weltpolitik eingebettet. Und da reden wir von mehreren Faktoren. Und welche Probleme würdest du da sehen, die jetzt aktuell während einer Pandemie erst mal gekommen sind und auch natürlich diejenigen, die schon da mal waren und jetzt schärfer oder einfach schlimmer geworden sind? Also welche Probleme gibt es dann in Kuba? Also es gibt grundsätzlich einmal eines der Hauptfaktoren für die Schwierigkeit, Kubas sich ökonomisch weiterzuentwickeln, ist die verbrecherische Blockade, die seit 60 Jahren existiert, wo die USA verhindert, dass mit Kuba Handel betrieben wird und nicht nur selbst keinen Handel betreibt, sondern auch verhindert, dass andere Staaten mit Kuba Handel betreiben. Es ist sogar so, dass wir als österreich-kubanische Gesellschaft immer wieder Probleme haben, dass wir unsere Spendengelder einfach nach Kuba überweisen, weil US-amerikanische Bankensysteme Einfluss haben, dass sie versuchen, unsere Spenden nach Kuba zu verhindern. Also das geht so weit, dass es sogar humanitäre Projekte verhindert werden. Okay, das ist das zentrale Problem, warum sich Kuba seit vielen Jahren so schwer entwickelt, weil es einfach ein Problem ist, wenn du keinen Handel betreiben kannst, auch schade nicht mit einem Land, das 90 Meilen von Kuba entfernt ist, nämlich die USA selbst, wo es in den USA viele Stimmen gibt, die durchaus sagen würden, ja wir würden gern Handel betreiben mit Kuba, aber sie dürfen es nicht aufgrund der verschiedensten Gesetze unter anderem das Helms-Burtons-Gesetz, dass, und da kommen wir zum zweiten Punkt, dass Trump unter seiner Präsidentschaft noch einmal verschärft hat, wo er noch einmal mehrere Maßnahmen, nämlich über 240 Maßnahmen gesetzt hat, um diese Blockade, die schon existiert hat, die auch unter Obama existiert hat, noch einmal zu verschärfen. Das heißt, das ist der zweite Faktor, warum es derzeit zu diesen ökonomischen Problemen kommt und dann ein Nicht-Gelinder-Faktor ist die aktuelle Krise, die Covid-Krise, die alle Welt gerade zu bearbeiten hat. Das ist nämlich nicht nur eine gesundheitspolitische Krise, ein Problem der Gesundheitsversorgung, ein Problem, dass Menschen eben aufgrund von Covid-19 sterben, sondern es ist eben auch ein Problem, das soziale Fragen aufwirft, beziehungsweise noch soziale Probleme verschärft. Und in Kuba kommt da besonders hinzu, dass Kuba massiv abhängig ist vom internationalen Tourismus und dementsprechend, dass immer schon, also zumindest seit den 90er Jahren, immer schon ein wichtiger Faktor der Ökonomie Kubas war und durch den Wegfall des Tourismus aufgrund der Covid-19-Pandemie einfach da eine extreme Einschränkung, was die ökonomischen Mittel betrifft. Die fallen jetzt weg und natürlich gibt es auch und das muss man immer wieder dazu sagen und das sagt nicht nur ich als Österreicher, sondern sagen auch die Kubanerinnen und Kubaner selbst, gibt es selbstverschuldete Probleme in manchen Bereichen, was zum Beispiel den Aufbau der Landwirtschaft betrifft, dass noch immer 70 bis 80 Prozent der Lebensmittel importiert werden müssen und so weiter und so fort. Diese Faktoren hängen aber alle zusammen. Es ist ja nicht so, dass es das Kuba jetzt einfach auch schnipp machen könnte und sagen, okay, wir drehen jetzt die Landwirtschaft um, sondern das hat ja auch die Blockade hat Auswirkungen, dass man sich keine, also eine Industrialisierung der Landwirtschaft einfach nicht finanzieren konnte, dass es eben kaum Ersatzteile gegeben hat damals für Traktoren etc. also es gibt mehrere Faktoren, die seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, seit der Kontrarevolution in der Sowjetunion, dem Wegfall des RGW, dem Wegfall der DDR, dass es seit dieser massiven Zäsur einfach Kuba nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen ist, so im Gesamt gesehen. Natürlich hat es immer wieder positive Entwicklungen gegeben, aber so richtig auf die Beine gekommen, so wie es damals war, ist Kuba noch nicht und das hat jetzt versucht, Trump noch einmal zu nutzen, hat gesagt, okay, jetzt zwingen wir Kuba wirklich in die Knie und die Corona-Pandemie, die jetzt da ist, war natürlich ein Versuch, noch einmal draufzudrücken und das Perverse ist eigentlich, dass Joe Biden, der eigentlich versprochen hat, die Politik Obama in der Frage Kubas mehr oder weniger weiterzuführen, der sieht im Moment derzeit überhaupt keinen Grund, auch nur ansatzweise irgendwelche Maßnahmen, die Trump gesetzt hat, zurückzunehmen. Also Sleepy Joe schlaft derzeit, aber er schlaft, glaube ich, nicht einfach unbewusst, sondern ich glaube, schlaft ganz bewusst, weil er sich denkt, okay, jetzt schauen wir mal, wie der Plan Trump, ob der Plan Trump nicht doch aufgeht und ich sehe derzeit keine Notwendigkeit, da irgendwie was zu verbessern, weil derzeit läuft es eher so in die Richtung, obwohl ich nicht glaube, dass es passieren wird, aber eher so in die Richtung, dass man Kuba in die Knie zwingen könnte. Und das ist der Punkt, wo jetzt natürlich auch diese kontrarevolutionären Maßnahmen wieder einsetzen, wo medial versucht wird, Kuba unter Druck zu setzen, wo finanziell die kontrarevolutionären Gruppierungen in den USA gestärkt werden, in Kuba indirekt gestärkt werden und da wieder ein Versuch wird, den Todesstoß der kubanischen Revolution zu geben. Was umso synischer wirkt, wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass Joe Biden tatsächlich über Menschenrechte spricht, über Kuba, dass Menschenrechtsverletzungen da stattfinden und gleichzeitig einfach eine Blockade und wie du meinst, einfach den Weg, den Trump schon mal angefangen hat, einfach weiterführt. Also es ist einfach nur synisch. Ja, also man redet von SOS Kuba und hat eigentlich die Mittel der Hilfe selbst, hätte man selbst in der Hand, nämlich zu sagen, man lasst Kuba aus diesen Zwängen dieser Blockade raus und lasst, okay, Kuba könnte sich selbst entwickeln, könnte Handel betreiben, auch mit uns als USA, klar, aber nein, das will man nicht und das, was man an Problemen schafft, nimmt man dann als Vorwand dafür, dass die kubanische Regierung diese Probleme geschaffen hätte und das ist das perfide, aber das ist nichts Neues, das war immer Sinn und Zweck der Blockade, das steht in allen Dokumenten, warum es diese Blockade gibt, das ist nachzulesen, das Problem ist halt, dass viele Menschen, auch bei uns leider in Österreich, davon viel zu wenig erfahren, viel zu wenig Wissen, beziehungsweise auch bis zu einem Wissengrad unwissend gehalten werden durch unsere Mainstream-Medien, weil wenn es um Kuba geht, hört man entweder, wie ich vorher gesagt habe, entweder nur die negativen Sachen oder manchmal hört man vielleicht ein paar kulturelle Dinge und wie toll es nicht ist mit Salsa, Musik und Rum und Urlaub machen in Kuba, aber wenn es einmal darum geht, über die sozialen Errungenschaften dieser kubanischen Revolution zu sprechen, über Gesundheitsversorgung, darum, dass Kuba eben kostenlose Bildung hat, so viele Errungenschaften dieser Revolution, die verschweigt man gern, wobei sie gerade jetzt auch bei der Entwicklung der Impfstoffe, die Kuba selbst entwickelt hat. Als einziges lateinamerikanisches Land hat Kuba fünf Impfstoff Kandidaten gehabt und zwei davon sind fertig abgeschlossen mit unglaublichen Zahlen, mit unglaublicher Wirkung, die rangieren an zweiter oder dritter Stelle nach Pfizer und was auch immer, alles was wir so reingepumpt bekommen haben, aber in Kuba ist es gut und funktioniert es und davon liest man ab und zu mal was, weil das ist durchaus bemerkenswert, aber es wird halt nicht, es wird, wie soll ich sagen, es wird ein bisschen ignoriert, dass das ja zusammenhängt. Es ist ja nicht so, die kubanische Gesundheitsversorgung oder das kubanische Wissen, das für die Bevölkerung verwendet wird, das hängt ja mit dem kubanischen Sozialismus und dem kubanischen System zusammen. Das lässt sich nicht trennen, also man könnte das nicht erreichen und weil sonst hätte Mexiko eine eigene Impfstoffe und Guatemala eigene Impfstoffe, weil sie so ein tolles System haben und das verstehen halt oder diesen Zusammenhang muss man eben auch verstehen, muss man immer wieder klar und deutlich machen, dass es dieses Gesundheitssystem, dieses Bildungssystem, diese Art, wie die Menschen miteinander umgehen in Kuba deshalb gibt, weil es eben diese Revolution gab und weil es diesen kubanischen Sozialismus gibt. Leider als Lateinamerikaner selber kriege ich immer mit, wie nicht nur, also jetzt unabhängig von der SOS-Kuba-Kampagne, aber es gibt tatsächlich einfach nur diese Verteidigung zum Volk, was das Volk will und wenn sich das Volk irgendwo zeigt, dann ist es demokratisch, heißt es, ja, und ich meine, das hat schon ein bisschen was damit zu tun, mit dem, was du gesagt hast, dass das natürlich das ganze System hat, ja, und man kann daher nicht, und das sage ich jetzt, weil ich das öfters gehört habe, man kann die Lage jetzt in Kolumbien, die aktuell seit fast drei Monaten tatsächlich einfach extrem revolutionär an sich ausschaut, also es ist ein Streik, also seit drei Monaten in Kolumbien und das wäre eh ein interessantes Thema vielleicht für ein anderes Mal, aber man darf das jetzt nicht einfach vergleichen, als das Volk geht auf die Straße und zeigt sich für Demokratie und so, weil das kolumbianische System und das kolumbianische Beispiel ist einfach genau das, was passieren könnte in Kuba, wenn die Revolution einfach vom USA gestürzt wird und zwar, dass es einfach eine Marionette kommt, dass ein Präsident da kommt in der Macht, dem das Volk an sich wurscht ist und das ist nämlich der Unterschied, dass es einfach eine Hegemonie gibt im Lateinamerika als Hinterhof der USA und Kuba ist ein gutes Beispiel für einen anderen Weg, einen anderen tropischen Sozialismus oder wie auch immer das genannt wird und deswegen bitte ich nochmal darum allen Lateinamerikanerinnen, die mit mir schon drüber gesprochen haben oder allgemein, dass sie vielleicht diese Meinung einfach ein bisschen ändern, weil es heißt nicht ohne System, dass das Volk, wenn das Volk auf die Straße geht, dass das gleichzeitig einfach Demokratie heißt. Leider, wenn die Hegemonie einfach so stark ist, geht es einfach schon um das System und das, was das System irgendwie damit schaffen will. Ja, aber das kann man, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das kann man genauso auch in vielen anderen Ländern sehen oder wenn man jetzt in Österreich die Situation vergleicht, die natürlich ganz was anderes ist, aber auch wenn, wie ich vorhin die Covid-Demos angesprochen habe, auch wenn in Österreich ein Volk oder zumindest Teile der Bevölkerung auf die Straße gehen und auch wenn sie noch so laut gegen eine Diktatur, die Corona-Diktatur schreien, heißt es ja nicht, dass das jetzt zu begrüßen ist. Natürlich, aber auch hier muss man differenzieren und die verschiedensten Positionen, die verschiedensten Menschen oder die verschiedensten Gruppen, die dort dabei sind und die verschiedensten Motivationen, da dabei zu sein. Das ist ganz wichtig, aber das war, das ist in Kuba ja eben genauso passiert und ich muss nur insofern, muss vorsichtig sein, in Kuba geht das Volk nicht gegen die Revolution auf die Straße. Also es waren Demonstrationen mit 100, mit 50, mit verschiedensten Zahlen in mehreren Städten, sagen wir mal zehn Städten in Kuba, die gleichzeitig stattgefunden haben, aber das Volk ist danach auf die Straße gegangen, danach ist das oder auch das Volk, natürlich war das auch das Volk, es war ein unzufriedenes, eine Gruppe des Volkes, das unzufrieden ist, das sich teilweise instrumentalisieren hat lassen und danach ist auch das Volk auch auf die Straße gegangen. Wir hoffen nur, dass es in Kuba wieder zu einer Situation kommt, wo diese beiden Gruppen auch in Dialog treten und klar sagen, okay, wie bringen wir diese Probleme, die real sind, wie können wir diese Probleme lösen und eins ist klar für uns als Kuba-Freunde und für die kubanische Regierung natürlich auch, dass diese Probleme nicht in den USA, nicht in Washington gelöst werden, sondern sie werden in Havanna gelöst und das müssen sowohl die Politiker aller dieser Welt und die Medien dieser Welt verstehen, dass sie in Havanna gelöst werden, die Probleme und auch die Demonstranten, die in Wien oder in Havanna oder in Santiago oder Kuba gegen die Revolution auf die Straße gehen, denen muss klar sein, ihre Schreie nach humanitärer Intervention sind einfach nur, sind Verrat, sind Verrat an den Ideen von José Martí, sind Verrat an den Ideen von Camilo Sinfuegos, Che Guevara, Fidel Castro, wie sie alle heißen, das ist Verrat an der Geschichte Kubas und das muss denen klar sein und ja, also das Volk, es ist nicht so, dass derzeit das Volk in Kuba gegen die Regierung auf die Straße geht, es sind Teile des Volkes, die unzufrieden sind, ähnlich wie in Österreich, die Covid-Demos, wo natürlich auch berechtigter Unmut über manche Maßnahmen herrscht, das ist ja keine Frage, aber das ist nicht das Volk, bei aller Liebe und zu Demonstrationen und bei aller Liebe zu, ach ja, zu Kundgebungen, ich gehe gerne auf Demonstrationen, aber nicht jede Demonstration ist gleich progressiv, also das muss dann schon klar sein. Letzte Frage, da wir alle weit weg sind, aber trotzdem Freunde KUVAS sind, wie können wir helfen von hier, was können wir machen, kann man da mit der ÖKG etwas organisieren, beziehungsweise sich mit der ÖKG an Events, beziehungsweise was auch immer ihr organisiert habt, bis jetzt oder noch haben wird, was kann man machen? Also ich glaube mal das Wichtigste, was jeder und jede in Österreich machen kann, ist nicht alles zu glauben, was die internationale Medien Landschaft, die derzeit Kuba unter Druck setzt, was die uns so erzählen. Einfach nicht alles glauben, sich informieren, alternative Medien anzuschauen, sich ein Bild zu machen, Amerika 21, junge Welt, neues Deutschland meinetwegen und viele andere Zeitungen und progressive Kanäle einfach auch anschauen und sagen, okay, das ist nicht das eine Bild, das mir die Zeit im Bild 1 oder wer auch immer oder der Standard vermittelt. Das ist ein wichtiger Punkt, das jeder und jede machen kann, insofern kann man auch gerne die Zeitschrift der österreichisch-kubanischen Gesellschaft abonnieren, das Kuba See, da steht auch immer wieder Information aus Kuba drinnen, die objektiv berichtet, wie die Realität in Kuba aussieht. Das ist das eine. Das andere, was wir jetzt starten werden, ist eine wirkliche humanitäre Intervention, nämlich wir werden Spenden sammeln, damit Kuba die Impfstoffe, die derzeit produziert sind, die derzeit produziert werden wollen, dass Kuba diese Impfstoffe auch verimpfen kann, weil was es derzeit teilweise fehlt, aufgrund von ökonomischen Problemen, ist die Spritzen, verschiedenste Materialien, etc. Wir sind da in Kontakt schon seit Jahren mit MediKuba Europa, das ist eine Initiative, die wir unterstützen und wir sammeln Geld dafür, dass wir eine humanitäre Intervention in Kuba machen können und diese wichtigen Materialien ankaufen können. Also man kann auch Geld spenden über unser Spendenkonto, das man auf unserer Homepage www.kuba.or.at sehen kann, einsehen kann, Kuba mit C geschrieben. Und zum Dritten wollen wir natürlich auch aufrufen, auch Flagge zu zeigen zu zeigen für Kuba, dass wir uns versammeln, dass wir sagen, okay, wir stehen zu diesem revolutionären Kuba, wir diskutieren natürlich auch über die Probleme, über die Schwierigkeiten, aber wir stehen zu diesem Projekt und wir werden uns am 14. August um 14 Uhr im Wiener Donaupark versammeln, das ist auch mehr oder weniger so der Park, der Lateinamerikaner ist, da ist eine Büste von Salvador Allende, von José Mati, Che Guevara, dort werden wir uns versammeln, gemeinsam mit den Kubanerinnen und Kubanern der kubanischen Botschaft, mit Freundinnen und Freunden Kubas, egal woher sie kommen und da werden wir einfach auch zeigen, dass wir für diese kubanische Revolution eintreten, mit Musik, mit Tanz, mit Spielen, mit natürlich auch Getränken, das ist notwendig und da werden wir das groß aufzeigen, übrigens der 14. August ist ein Tag nach dem 13. August und das wäre der 95. Geburtstag von Fidel Castro gewesen und dementsprechend heißt diese Veranstaltung, dieses Fest, dieses Picknick im Freien einfach auch Siempre Fidel und da freue ich mich, wenn ich sehr viele Genossinnen, Companieras und Companieros sehen werde. Das würde mich auch freuen, wenn mehr Menschen da sich interessiert zeigen, vor allem junge Menschen, die Cayotö wird auf jeden Fall dabei sein und wir freuen uns alle, wenn ihr euch auch interessiert seid und euch organisiert, sei jetzt bei der Cayotö oder auch am besten und auch bei der ÖKG. Viva Cuba! Viva Cuba! Venceremos! Venceremos! Gracias, Mike! De nada! Viva Cuba! Untertitelung des ZDF, 2020